06.30 Uhr ist die Living-Room-Zeit. Willkommen miteinander, schön Hände eingeschaltet. Wie immer könnt ihr euch via Twitter oder Facebook auf Joyce.ch einloggen und euch den Stars Fragen stellen, wie zum Beispiel, wenn sie zum ersten Mal auf der Bühne gestanden sind oder das musikalische Vorbild? Wäre ja auch noch eine gute Frage. Vielleicht interessiert euch Sepp auch gar nicht. Ich will lieber live mit ihm reden. Via Skype. Joyce.tv Ad. Cybermobbing verletzt. Und kann bis zum Suizid führen. 147. Die Notrufnummer von Pro Juventute hilft betroffenen Jugendlichen. Und aufgere geniales Leben und morgen. 189. 109. 178. 189. 219. 239. 239. 221. Untertitelung des ZDF, 2020